hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von terraria so ich habe jetzt mal wie gesagt von der weile pausen gemacht gehabt das habt ihr ja gesehen muss jetzt erstmal gucken wie die ganze steuerung eigentlich zu schneller müsste ich mir ein bisschen so aneignen hat wie gesagt so ein bisschen hin und her das wäre glaube ich schon gut so wir haben halt wie gesagt ein bisschen des letzten ausrüstung gesammelt aber wie gesagt die bunte palette hiervon das ist ein bisschen die stiefel ist es war wirklich gut dass ich die bekommen habe ist gut behausungen hier ist okay alle die auf dieser maps sind jetzt ist es ist es hier die pausen ist bereits ich bin halt am überlegen ob ich halt wie gesagt jetzt mal mehr häuser als jetzt bauen soll weil es ist wert wie gesagt ein bisschen gut meiner meinung nach ist mehr zu haben bedeutet ich hätte mich jetzt erst mal daran halten so mal sehen ein bisschen was wird ja so weit es geht ist halt wie gesagt alles normal halt wie gesagt mit dem rhythmus auch wenn ich halt wie gesagt jetzt hier das kurzzeitig hier gestoppt habe als erstmals projekt ich wollte wie gesagt ein bisschen anderes als immer noch mal machen bis nachholung kalt wie gesagt von den meisten anderen und ich hatte einfach wieder auch fun gehabt hat ein bisschen mal zu spielen wieder ja dbd plus dazu es kommt ihr dann hier am samstag wie gesagt immer noch hat wie gesagt den live stream ich muss gucken waren genau also ich kann jetzt nicht sagen genau wenn er kommt muss ich ehrlich zugeben ach so da ist was im weg so dann machen wir mal das ganze weg so das auch weg das ist getötet und jetzt nochmal den baum weg so haben wir jetzt wieder ein bisschen holz und dann als erstes jetzt die häuser bauen am besten ich hoffe ich habe die einstellung so gelassen das wäre gut ach so war es ich hoffe bloß das ganze passt so ein bisschen hier mit ich habe jetzt gerade im kauf mir ein bisschen ja zum kauen weil ich weiß auch nicht wieso ich weiß bloß bescheid geben nicht dass es euch noch viel vielleicht ein bisschen nerven kann also ja es tut mir deshalb zeit für diese folge ich dachte mal es muss man sein so den kraftsten können wir auch weg machen so die kleine bausung ist ja so weit es geht schön geworden wir müssen jetzt halt bloß glaube ich da noch ein bisschen was machen hier dran das war ja übertragen so die holzwände brauchen wir definitiv das ist schon mal klar ich weiß nicht irgendwie würde ich glaube ich das ganze eisenzeug mal weg machen drum kann ich hier noch platzieren das mit der drohe hier mit bisschen ärzte drin alles weiteres gehen zu und hier ist nichts das ist schon mal gut zu wissen aber ich glaube wir haben gar kein holz mehr ja gut dass ich dann welche noch gefarmt habe ist dann wirklich echt gut kommen wir auch hier hoch keine ahnung ich glaube ich dann mal müssen so was machen kommt schon also so gut in etwa dann machen wir hier mal ein bisschen weg kann ich ja nicht ich weiß wenn man an mein kraft dran gewöhnt ist dann kommt es ein bisschen spanisch vor aber na gut so da machen wir mal ein kleines bisschen häuser hier doch in ich überlege hat wie gesagt hier nochmal ein bisschen zu gradigen und hier nochmal ein haus häuser für zwei leute hin zu tun ich habe nichts gemacht leute ihr habt nichts gesehen wir stempeln das alles habt das war nicht meine schuld der geil hat ihn getötet ok so oh man ich bin getötet so dann machen wir hier nochmal so in etwa können wir hier machen so können wir hier nochmal machen ein bisschen dann würde ich meinen hier können wir auch noch halt so bisschen was machen glaub ich dann welche mal weg tun so ein bisschen halt wie gesagt so als treppe bisschen hier benutzen ich hoffe die kommen auch jedenfalls hoch das war schön na guck mal er ist jedenfalls hochgekommen der ist schon mal gut so dann haben wir jetzt als erstes ein kleines bisschen das Dorf jedenfalls erweitert was wir haben das wird definitiv dann alles noch später umgeordnet das kann ich euch jetzt schon mal sagen also es wird nicht immer so bleiben so schön 1 2 3 4 und 6 6 6 werden schon echt gut jetzt brauche ich doch noch so dann 1 2 3 so 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 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 6 5 6 7 9 10 10 10 11 11 5 5 6 6 6 7 8 9 5 6 10 10 11 10 11 12 12 12 13 14 14 15 hallo tür und sich mir jetzt schon drauf ich will halt wirklich so viel platz lassen für dreier das wäre besser aber jetzt erstmal jedenfalls schon mal dass wir ein paar herbekommen können du brauchst dich darum keine mehr zu beschweren dass jetzt erst mal nichts da ist so dann kann man halt wie gesagt hier noch etwas hin tun so hier und dann hier ich brauche also ich werde noch mal ein stuhl und ein tisch das werde ich dann erst mal lassen auch das habe ich jetzt weggemacht mit fackel okay so bausung habe ich dann so weit es ging gut gemacht 212 das war's dann so dann ich das hin hier das hin das ist schön dass da es automatisch geht dahin und dann ist also so hier können wir sein machen handelsreisen als da angetroffen wirst du denn ich weiß ich kann ich auch viel vielleicht ne allgemein den summe habe ich ja schon wie ist es wenn ich ihn so mal wie gesagt ordentlich hochstelle ok das müsste ich immer für vielleicht dann merken hat wie gesagt wenn es dann ein thema und geht richtig genau gut ich dachte ich kann jetzt nicht mehr raus alter sie ist das hier für müll also nicht für sein jetzt haben dein verstanden ok dann heißt es heißt hier schon was da vor der tür ist fackeln sind der weg das ganze gar nicht gut da sollte ich dann halt vielleicht mal überlegen dazu hinzusetzen vielleicht ein bisschen symmetrischer machen würde ich lass es dann einfach so etwas gedauert aber nicht auf dem boden platz hier an die das ist ja übelst mies kommen wir jetzt überall gut durch ja hier kann ich besser als ja heilen kann ich hier was hast du denn heute ein angebot geschäft ok 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 ich würde mal ok ja na ja schade eigentlich aber ok und nicht unbedingt das ganze na ja so dann stecken wir jetzt erst mal ganze halt ich werde mal das ist das geld was ich habe ok das lassen wir mal wirklich da drin ich werde hier weit für vielleicht sogar noch ein ordentliches kessensystem machen das am besten wäre was gutes ich sitze ich noch hin ja kann ich sogar gut warte mal da packe ich jetzt erst mal das hat erstmal das geht ja gar nicht habe ich schon für vielleicht noch lieber die nachhasen bin ich auch nicht an vision wo ist das halb habe ich jetzt wieder dann gucken wir mal damit schon ein bisschen gut erkundet aber ich würde sagen halt wir gehen noch ein bisschen tiefer ja bis hinten sind wir hin gekommen warum ist sogar noch was paar pixel sieht man hier schon noch für solche aber eine richtig fette große müsste haben wir wieder ich weiß irgendwie würde ich halt meinen sogar halten entweder ich mache den gang weiter nach unten und gucke was wir da haben oder ich gucke das letzte mal war doch eine sackkasse da oder ok ich versuche den weg weiter unten 1 markt vielleicht bin ich noch etwas nein ich will nicht den hasen analysieren warte mal da sollte ich dann halt vielleicht auch das wieder rein machen und vielleicht sollte ich auch mal darüber nachdenken bisschen mehr fackel zu machen aber ich glaube ich brauche dazu slime den habe ich glaube ich nicht mehr oder da kann ich mir noch welche machen ich bin doof was habe ich jetzt hier mitgemacht was ist das oh so ist auch schön ne kann man hier draußen ja am besten hinstellen ok das ist das ist mir recht das stelle ich mal hier ein bisschen mit auf es ist draußen nicht mehr so dunkel eine kommt dann da hin und eine kommt dann noch ganz auf die andere seite so und eine pack mir mal hier rein so dann machen wir mal ein bisschen auch wenn das ganze nicht reichen wird aber dieses geräusch das ist triggerhaft ganz schön triggerhaft so da waren wir stehen geblieben kann ich hier was machen hier kann ich nicht das war ja mein problem gut oh nein an der dieser irren schon wieder gegen ihn habe ich immer verloren bisher weil ich nichts gutes hatte ich habe da von dem rand ich habe da von dem rand wieso wird es mir nicht einfach angezeigt wo der ist hallo ich kann hier die ganze zeit atmen gut da nicht aber weil hier das hier was geht ok ok ich merke schon was was los ist ich brauche bessere waffen ok ich muss ehrlich sagen das schwert ist übel scheiße also ich frage mich anfangs schwert mit das könnt ihr vergessen ich werde mir eine andere waffe aussuchen ok mal gucken was gibt es noch das gibt es doch einfach nicht die sind jetzt da mal gucken wie vielleicht ich habe was getroffen ich habe was getroffen da ist eine hülle na gut ich kann bitte alles wirklich alles so jetzt wird es nicht mehr nach aber ich bin in die falsche richtung gegangen ist es nicht gut das wird glaube ich nicht hier funktioniert also heißt es in etwa ich habe schon wieder eine katastrophe ankommen und kann ich mal wieder zu mir zu versuchen ich habe keinen bock auf die ganz ganz ok dann heißt es jetzt hier runter gehen so dann heiße ich jetzt ordentlich runter das leiert schon wieder mal gucken ich werde jetzt erstmal den gang hier bauen und dann vielleicht zum schlüsseln alles noch abfahren was hier ist aber als erstes heißt es tiefer gehen so tief wie es geht meine meinung nach jedenfalls ich glaube ich hätte wie gesagt die beste idee ein bisschen so ist ein bisschen so in der die 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 das ist schön die welt ist ganz schön groß das ist nicht was ich erreichen wollte aber gut ist das für ein geräusch ist gar nicht gut dann man eigentlich muss jetzt schon wieder um wie das wasser weg bekommen heute ist auch im weg dann meistens hier dann haben wir hier einen kleinen wasser pool mit dem stört ok das wieder weg ich bin irgendwo gleich bei einer höhle nehmen an ich glaube interessant aus darum ist wieder was problem ist halt wie gesagt ein bisschen alleine zu machen ist ein bisschen fragwürdig dazu ich versuche vielleicht auch noch leute hier an zu bekommen die vielleicht mitmachen wollen das ist schön wäre dann nicht halt wie gesagt nicht alleine hier das ganze farben ist manchmal auch anstrengend für eines tit gibt es hier ist echt heftig ich kann hier fast überhaupt gar nicht die unterscheiden was was ist ist ja noch das schlimmste mit dazu ich bin schon mal sehr weit runter gekommen das ist schon mal gut die quallen das ist gar nicht gut ganz und gar nicht gut dann sollte ich mal erstmal glaube ich hier wieder bauen den ausweg so dann kann ich jetzt auch dieses erz noch holen und gucken was es ist ach ja war ja blei zu viel blei zu sehen ist auch nicht schön trotzdem ich frage mich wie sehen die ganzen erz alle aus das hier zum beispiel würde ich schleim das hier das ist einfach ein stein oh nein ich höre schon eine katastrophe ist was tot zum glück aber ich weiß nicht wo es genau ist jetzt das sind zwei 1 ist noch hier so ist auch dann gut so das ist schon wieder ein stadt schwarzer zu bleiben ein bisschen jungfass vielleicht nö ein gar nichts schade na gut machen wir mal weiter rund ein bisschen wir sind eigentlich ganz schön wenn ich bloß daran denke es geht bis da oben und ich bin erst da ei 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 gut ein bisschen weiter machen gut ein bisschen weiter machen dann muss ich hier hin gehen wenn ich das so habe ich keinen Weg mehr nach oben ich bin noch etwas nee nichts komm schon ich muss um wieder hoch ja doch wenn man keine Fackeln fast mehr hat dann muss ich mir ja dann muss ich jetzt erst mal wieder zurück näher aber ich könnte eigentlich alles fast ordentlich müssen wir gucken was ich damit machen kann vielleicht kann ich schon rum ich weiß ja hier gibt es auch magie vielleicht kann ich mir einen zauberstab machen gut geil du bist meine rettung herstellen ich würde mal gucken was ich damit machen kann lila fuck ist damit möglich buntlos aha kupferbahn und anästit bringt mit das bringt mir einen mana stab ein drei mana ok wie viel bräuch 16 nee 10 und 8 hab ich ja so wo hab ich da ich sag doch ich hab ja das ganze noch nicht rein theoretisch könnte ich mein mana auch schon wieder erhöhen auch schon zu wissen ich bräuchte halt wirklich mal zum sternklare nacht wieso ist derzeit nichts los habe ich irgendwas falsch gemacht da ist eine auge da ist wieder ein stern da bin ich gestorben an dieses komme ich das kann ich ja noch nicht abfahren da ist schon wieder ein stern hier ist noch mal ein stern da ist noch mal ein stern stadt wesen ist einfach bloß eine packung die war ich auch schon drin dann ist das schon mal ein bisschen geklärt eigentlich mal die die suche hier mit ein bisschen hier zu kämpfen mal ein bisschen hier zu kämpfen mal hier ist noch was hier ist noch was da hat es gab um gemacht es ist mein stern meiner noch hier noch gut okay ich guck mal wieviel sterne ich habe vielleicht kann ich noch mehr mal noch sterne machen da unten habe ich ja noch zwei mit rein ich noch welche ich nehme ich auch noch mal zwei okay das ist ganz schön gut oder also rein theoretisch mhm rechte konnte ich mal machen und dann noch ein anderes stadt würde ich machen gut dann mal gucken wie das jetzt ist kann ich nicht rein machen also ich hier so nein nicht in den müll nicht in den müll so rüsten wir mal das aus haben wir noch ein bisschen mehr ok ist das was besonderes oder nö nichts besonderes gut ok eigentlich recht stark und man kriegt auch ach du scheiße man das ist ja übelst gut wenn man die gegner hat wie gesagt zur stadt gibt man ja noch mehr mhm ok dann werde ich mich mal weiter hier rein raustrauen wie vielleicht kaum nicht da mal wieder zu gegner die ich verachte vernichten will vielleicht vielleicht auch nicht so man kriegt ja übelst gut mal wieder jetzt kommen wir so zum speziellen hier oben hier wo ich öfters mal gestorben bin halte ich mache gar keinen schaden an die hochmann ich hätte mein geld nehmen sollen gut ok ich gehe noch mal rein na na weg hier ist egal wie man sieht vier dinger sind für mich schon zu viel oder bisschen geld fahren alter wie viele sind das muss man ja spamm und nennen die tasten hier da kommt schon wieder nächste ja ich weiß nicht ich brauche etwas stärkeres dafür definitiv also das kann nicht alles gewesen sein dann bräuchte ich noch etwas gutes ich glaube ich bisher das gold das gold sachen hier gemacht ich einfach bloß alles in gold besitze hier gefühlt ja gold habe ich das noch vier das ist der clever sand ich auch holz rüstung machen so eine dully rüstung da kann ich mal halt das war so ja gut da das mit anziehen das auch anziehen da fehlen mir bloß noch goldschuhe und dann mal gucken ich weiß nicht reicht das jetzt oder ich glaube ich aber nicht so schnell wieder sterben oder was ist jetzt der set bundesdorf und plus ein abwehr ja guter habe jedenfalls habe ich etwas rüstung kann ich nur sagen naja hätte ich mich jetzt erstmal da ein bisschen gekümmert die billigste holz rüstung ich müsste halt dann am besten irgendwie wenn ich mal halt so ein bisschen zeit habe so bisschen farm er hat es wäre gut es gibt hier auch sehr viele gute sachen wenn ich nicht so doof her zum schießen ja ist übel schlecht ich frage mal vielleicht kann ich irgendwas hier mal gucken was ich noch machen kann ich muss mal kurz mit ihr reden hilfe was wenn du ein gewehr hast soll ein waffenhändler auftauch um die mann zu verkaufen wir kann ich ein gewehr machen waffenhändler das kommen dafür vielleicht sicherlich silber oder blei quer hört sich schon mal gut an vielleicht erstellen ach du scheiße ruf zerstörer ach du scheiße so weit bin ich doch noch überhaupt nicht ich will mich doch bloß über waffen erkundigen mann der waffenhändler wäre glaube ich besser dran oder ach der würde mir glaube ich geschichten erzählen über waffen sogar noch das ist ein bomb wir sind aber nicht naja dann würde ich halt mein das war es dann glaube ich noch für heute es ist halt ein bisschen was passiert haben wir noch die hülle erkundet wir haben ein bisschen wegreiter gemacht Tempo das ist wirklich echt doof da ich das habe Goldbogen kann man auch vergessen wenn der hier gut sein soll dann würde ich mal bitte sehr gerne wissen das ist das soll wirklich besser sein als die Schwert aber das Schwert ist halt übrigens gut schwacher rückstoß ja 200% aber sehr langsam naja das war es dann jedenfalls heute mit der Folge äh ja ich habe heute nicht so viel geschafft ich habe jedenfalls die Karte noch ein bisschen weiter nach unten erkundet aber ich habe halt viel zu fetten Weg nach unten noch also ich hoffe das nimmt ihr jetzt nicht böse aber ich wollte halt wie gesagt etwas jedenfalls wieder hier reinbringen ich habe jedenfalls Rüstung gemacht ich bräuchte ja Schmetterling zerstört naja ich sag den Namen mal tschau und schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Terraria tschüss